Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Trainer und es ist kein geringerer als Ex-Werder Bremen-Coach Florian Kohfeldt. Es hat also nicht lange gedauert, bis der VfL Wolfsburg einen neuen Trainer eingestellt hat, nachdem man ja Marc van Bommel am Wochenende entlassen hat, wegen schlechter Leistungen in der Liga, aber auch in der Champions League und im Cup natürlich. Deswegen hat man sich jetzt einen neuen Trainer geholt und dieser neue Trainer ist Florian Kohfeldt. Besprechen wir mal kurz, warum sich der VfL Wolfsburg für Florian Kohfeldt entschieden hat und was dieser Trainerwechsel für die Bundesliga bedeuten wird. Viel Spaß mit diesem Video und wenn euch dieses Video gefällt, gerne einen Like da lassen, den Kanal abonnieren und auch gerne kommentieren. Weiter mit dem Video. Also das hatte nicht lange gedauert, bis der VfL einen neuen Trainer bekannt gegeben hat. Wie ihr wisst, haben sie Marc van Bommel entlassen, nachdem er in der Bundesliga relativ schlechte Leistungen gebracht hat mit dem Team und 8 Spiele ohne Sieg war und das war zumindest für den Anspruch des VfL zu wenig. Nun hat man heute am 26.10. einem Dienstag bekannt gegeben, dass Florian Kohfeldt, der Ex-Werder Bremen Manager, diesen Job übernehmen soll und auch vor dem VfL wieder in die richtige Spur bringen soll. Auf jeden Fall eine interessante Entscheidung, weil Kohfeldt vor eigentlich mit Bremen eher Abstiegskandidat immer war und jetzt einen Champions-League-Klub übernimmt, weil der VfL ja in der Champions League spielt und ein Klub, der so sehr hohe Ansprüche hat mit einem sehr guten Kader. Florian Kohfeldt wurde ja letzte Saison vom SV Werder Bremen entlassen, nach einer nicht zufriedenstellenden Bundesliga-Saison, die der Werder Bremen ja nicht ändern konnte. Sie sind ja schlussendlich dann noch abgestiegen und Kohfeldt verreizlos gewesen. Jetzt hat er einen neuen Verein gefunden und das ist kein geringer als der VfL. Er hat auch selber gesagt, dass es keine schwierige Entscheidung war, da jetzt Ja zu sagen, denn mit dem VfL bekommt er natürlich einen Verein, der Ressourcen hat und natürlich auch ein gutes Standing in der Bundesliga. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2023 und wird die Mannschaft erstmalig dann diese Woche übernehmen und seinen Spielstil auf jeden Fall auch auf die Mannschaft übertragen. Sehr interessant, dass Florian Kohfeldt jetzt gewählt worden war. Andere Kandidaten, die jetzt auch noch im Blickpunkt des VfLs waren, waren unter anderem Domenico Tedesco und Erdin Terzic, der Ex-Dortmund-Coach. Man hat sich jetzt aber schlussendlich für Florian Kohfeldt entschieden. Kann sein mit der Bundesliga-Erfahrung, dass der VfL diese Bundesliga-Erfahrung haben wollte von Kohfeldt. Und dass er ein Mann ist, der auf jeden Fall Teams aus der Krise auch helfen kann, hat er bei Werder Bremen auch bewiesen, könnte auf jeden Fall ein entscheidender Faktor sein. Für Kohfeldt selber ist es die Möglichkeit, sich zu beweisen, bei einem Klub, wo er wirklich Ressourcen hat. Bei Werder Bremen hat er immer wieder etwas sparen müssen, weil der Klub finanziell nicht so gut dasteht. Bei VfL Wolfsburg bekommt er jetzt einen Verein, der grundsätzlich sehr, sehr gute Spiele hat. Du hast ein tolles Spielmaterial mit Ritle Barco, mit Xaver Schlager, Maximilian Arnold, Wout Weghorst, um nur ein paar zu nennen. Und da kann er sich auf jeden Fall austurmen und ausleben mit Taktiken, was er will. Natürlich muss er die Ziele erreichen, der VfL will auf jeden Fall in der Bundesliga stabil dastehen. Die Champions League ist auch noch möglich, da weiterzukommen. Das wäre für Kohfeldt auf jeden Fall ein interessanter Weg und eine interessante Herausforderung. Und Kohfeldt wird damit auch am Samstag im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen auch schon auf dem Platz stehen. Gegen eine Mannschaft, die nicht einfach zu schlagen ist, da muss er sich auf jeden Fall schon mal beweisen. Aber die Führungsetage mit Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer hat auf jeden Fall Vertrauen in Kohfeldt. Kann auch daran liegen, dass er, wie gesagt, die Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Und auch diese Keller-Erfahrung, diese schmutzige Erfahrung, dass man als Fußballklub auch mal in Krisenzeiten kommt. Das kann man auf jeden Fall mitbringen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob er jetzt wirklich Wolfsburg in diese Top 4 reinbringen kann aus der Bundesliga. Das wird man jetzt sehen. Es bekommt auf jeden Fall den Kader dafür. Und auch die Ressourcen. Schauen wir mal, wie lang Wolfsburg ihm gehen wird. Wie gesagt, sein Vertrag dauert bis 2023. Aber messen wir ihn dann mal an seinen Taten und schauen, wie diese Bundesliga-Saison verläuft. Was ist eure Meinung zu diesem Stil? Schreibt sie mal gerne in die Kommentare rein. Findet ihr Kofeld den geeigneten Kandidaten für Wolfsburg? Oder hättet ihr euch jemand anderen gewünscht? Glaubt ihr, dass er mit Wolfsburg erfolgreich sein kann? Und dass er diese kleine Mini-Krise jetzt bewältigen kann? Bitte gerne alles in die Kommentare rein. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Und auch gerne den Kanal abonnieren für weitere Fußball-News und Fußball-Content. Würde mich sehr freuen, euch auf dem Kanal zu sehen und weiterhin zu begrüßen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt sportlich, bis bald und ciao.